Wenn du mich kostenlos unterstützen willst, kannst du das jetzt ganz einfach tun, indem du mein Supported Creator Code Clayton in dem Fordert-Item-Shop benutzt. Jo hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal Duo Arena mit dem Blaze. Schmutz. Oh, ich habe noch eine Shotgun, ich komme. Ja, alles easy, der ist low. Na klar, der low. Hab ihn. Lass, ich gehe hoch zu ihm. Hab ihn. Was ist mit ihm los? Keine Ahnung, völlig los. Boah, das macht die viel Damage, Digga. Oh, hab sie, hab sie. Bauen. Oh, fuck. Er hat mich getrappt, Digga, aber auf dieses andere. Ich habe auch eine Pump. Er hat eine Spaß bei mir. Ich habe einen. Ich habe einen. Was ist denn Lappen, Alter? Er leckt sich tot. Ich habe ihn mit den Edits. Ja. Ich habe ihn mit den Edits. Ich habe ihn mit den Edits. Aber die habe ich schön outplayed, ne? Ja, die hast du richtig gut outplayed, ja. Hey, no joke, wie die zocken. Ui, Clayton. Digga. Ach du Scheiße. Ich bin gerade von mir selbst ein bisschen überrascht. Die Runde machst du kurz alleine. Ja. Willst du nur zeigen, dass du ohne mich schaffst? Ja, Solo-Arena war mir da zu einfach, weißt du. Ja, Duo-Arena. Zwei Fußball-Skins. Puh. Lappen, Alter. Clayton, Rino. Bespuckt. Nein. Komm, misshandelt. Oh. Und gelöscht. Digga. Warum sind die bei dir so lost und bei mir so Profis immer? Ich mache die so lost, weißt du? Nö. Also, wenn du sagst, den hast du lost gemacht, der war schon von alleine komplett völlig lost. Also, das ist ja wirklich der Inbegriff von lost, was der gerade gemacht hat. Hey, was ist seine Mission? Es, ey. Bruder, wenn du mir sagst, die sind nicht lost, dann... Keine Ahnung. Wait, 20 Bomb? Oh, wie viele habe ich? 14? Ey, es können wirklich nicht 20 Bomb werden. Ein jaller Abfahrt. Eine 30er Bomb noch. Nein, muss nicht mehr. Äh, rüber, dann. Oh, bro. Du fühlst, dass Damage macht das Ding, ist so krass broken. Nein, Digga. Oh. Wie lucky. Digga, das hätte ich jetzt choken können. Ja. Schön, Digga. Ach, Digga. Acht sind noch am Leben. Nein. Von wo denn? Ich habe den ein. Oh, shit. Das ist ein AP, ein AP, ein AP. Ja, ich kann dir gleich helfen. Ich habe gleich eine Pump. Eine Pump. Oh, ich habe ihn aufs Übelste abgestaubt. Oh. Was? Boah, Digga. Ich musste nachladen. Ach, Mann. Wie spiele ich denn? Habt ihr einen? Ja, kommt hier nur rein. Los, die Alten. Ich habe keine Mets. Scheiße. Boah, schade, Digga. So, das war es mit dem Video. Wir haben jetzt leider keinen Win geholt, aber ich habe recht viele Kills gemacht und daraus konnte ich schon mal ein sehr gutes Video machen. Schaut auf jeden Fall bei Blaze vorbei, ihr kennt ihn sicherlich eh schon alle. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder um 15 Uhr. Ciao. Schaut auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall. S Three. Untertitelung. BR 2018